Groß Inquisitor Taurus X Arkonon schickt mich, um dich auszuspionieren. Ist die Wahrheit. Jo, war er Blinzel nicht. Ist die Lage dort so verzweifelt? Das hätte ich nie geahnt. Ich hoffe, dein nächster Auftrag ist anregender. Mein Lehren zu lauschen ist fades Werk für eine Spionin. Ich war mir sicher, ich hätte dich für immer verloren, als ich erfuhr, dass Taurus eine Inquisition angeordnet hat. Es ist eine große Erleichterung zu sehen, dass unsere Familie sich nicht so leicht auseinanderreißen ließ. Was auch dein Beweggrund sein mag, ich habe dich in all den Jahren vermisst. Dich nun hier zu haben, wo ich von Fremden umgeben bin, ist ein wunderbares Geschenk. Ich lade dich ein, als mein Gast in unserem Lager zu bleiben. Der Soldat kann nicht länger schweigen. Er geht zu Yorah, legt ihr die Hand auf die Schulter und nimmt sie beiseite. Seine Stimme ist leise, aber deutlich hörbar. Herr Yorah, ich bitte euch. Das ist eine Inquisitorin. Das ist ein verzweifelter Versuch, euch zu töten. Sie kann nur Erfolg haben, wenn ihr das zulasst. Sie wischt seine Hand mit dem ruhigen Anmut der Entschlossenheit beiseite. Sie ist eine Missionarin, genau wie ich es war. Man hat sie die falschen Dinge gelehrt, genau wie mich. Wenn ich kein Vertrauen darauf habe, dass eine einzelne Frau Vernunft abnimmt. Wenn sie erst die Wahrheit kennt, welche Hoffnung haben wir dann? Nein, sie geschehen, eine Spionin zu sein. Das macht sie doch gewiss zu einer geringeren Bedrohung, meinst du nicht? Ich habe nichts zu verbergen. Ich sehe lediglich eine Gelegenheit, jemanden zu überzeugen, der uns helfen könnte. Wir haben hier viele ehemalige Missionare, die unsere treuesten und hilfreichsten Mitglieder... Sie sind unsere treuesten und hilfreichsten Mitglieder. Wir sind für uns gestorben, wir dürfen diese Leute nicht verstoßen. Und wenn die Inquisition mein Leben will, kann sie es haben. Aber sie wissen genau, wie ich, dass meine Sache nicht mit mir sterben wird. Yovara winkt dir zu, ihr zu folgen. Komm, wir haben viel zu besprechen. So, und Durance hat uns auch was zu sagen. Eine Sekunde lang scheint dich Durance nicht zu erkennen, dann blinzelt er und rünzelt die Stirn. Was gibt es, Wächterin? Bestürzt dich, was wir über Woytika erfahren haben? Es stinkt nach ihr. Es ist Gerechtigkeit. Aber wenn es ihr höherer Zweck war, zu... Sein Gesicht verzerrt sich zu einer wütenden Maske. Wenn ich nur daran denke, dass Maka an einer solchen Täuschung zum Opfer fallen würde. Und Eotas? Weitwen hatte immer behauptet, seine Invasion des Dürrwaldes diene dessen Befreiung. Was wäre, wenn es wahr ist? Was wäre, wenn er tatsächlich kam, um Woytikas Verschwörung im Keim zu ersticken? Eotas hat den Tod meiner Götterhammer-Citadelle wahrlich verdient, aber nicht aus diesen Gründen. Nicht, um ihn zum Schweigen zu bringen. Sollte sich solch eine Sache dieses Chaos herbeigeführt haben? Durance legt seinen Kopf zur Seite, als würde er einer inneren Stimme lauschen. Da legt er die Stimme in Falten, die beim Sprechen immer tiefer werden. Müssen wir immer die Geräte der Gäste sein? Wenn Wodika und Magrin... Wenn sie der Grund dafür sind... ...die Hohloborn... Wenn die Verwaltungen nie notwendig waren... Wenn Eotas wieder kämpft... Durance Gesicht ist voller Wut und sein Körper zittert... Müssen wir denn immer die Werkzeuge der Götter sein? Sollten Wodika und Magrin, wenn sie der Grund für all das sind, die Hohlgeburden... ...wenn die Säuberungen niemals notwendig waren... ...wenn sich Eotas nur wehrte? Dann hat ein Götterhammer den Dürrwald nicht gerätet, er hat ihn verdammt. Eotas musste aufgehalten werden, Wodika ebenfalls. Säuberungen? Es wäre besser gewesen, du wärst von diesem Wissen verschont geblieben. Wäre es besser gewesen, es ist ziemlich viel zu verdauen. Die Säuberungen? Durance wird immer grimmiger und sein Gesicht erstarrt. Wir beginnen damit, die Eotasiare vor sich selbst zu retten. Wir verbrannten alle, die nicht mit ihrem Gott starben. Die Ketzerei in Red Ceres ist das eine. Hier im Dürrwald ist sie aber mit einer persönlichen Note verbunden. Das erscheint mir gerecht, ein verwundeter Falt ist immer noch gefährlich. Also habt ihr Verbrechen mit einem eigenen beantwortet. Wenn man einen Falt lange genug bekämpft, übernimmt man seine Eigenschaften. Warum die Säuberung? Ich wollte dich über die Religion und ihre Geschichte befragen. Nehmen wir mal die drei. Du weißt, dass sie der neben dir steht. So wie ihr hier seht, gefährdet jeder noch im Dürrwald, dem Neotasia, die Nation und ist wie ein Dolch, der unserem Glauben an den Hals gehalten wird. Entwurzelt sie, verbrennt sie oder schickt sie nach Vizervis zurück, um sich dort im Blute ihres Scheiterns zu suhlen. Ich wollte dich über die Regionen und ihre Geschichte befragen. Du weißt, dass wir uns grunzt. Du meinst die Hohlgeburten? Ja, was auch immer, woher die ganze Generation angetan hat. Und stell dir nur vor, ich dachte, es ginge um Männer und Frauen, nicht um ihre Götter. Darum Kinder zum Wohle der Politik als Hebel gegen eine verklemmte Tür einzusetzen. Als ob die Götter darüber stehen sollten. Was für ein Narr ich doch war. Herr Spottet, ich dachte immer, das Problem wäre aus Frauen und Männern geboren. Aus von ihnen geführten Nationen immer im Kreislauf, im Inneren wie im Äußeren. Die Valianischen Republiken mit Servas, der Krieg des Heiligen. Eine einzelne große Klingenspirale, die alles um sie herum in Stücke schneidet. Was hättest du von den Valianischen Republiken? Du bist schlaufechtlich. Glücksritter im Amtskleider, Manipulatoren, Kaufleute und Verräter allesamt. Du hast keine Hochachtung vor ihnen. Du weißt, grunzt. Jedes so stilbesessene Land könnte die Heißtücher auch gleich über den Augen tragen. Bleib was? Also es werden sie euch zu Sklaven machen, sobald die Tinta auf dem Handelsabkommen trocken ist. Der Dürrwärm und all seine Reichtümer ist einfach zu verlocken. Besonders wenn jemand anderes das Land und die Gesichtsbemaler für sie zähmt. Gesichtsbemaler? Durins macht mit seinen Händen eine ablehnende Bewegung. Stämmel, Glapfantaner, schaden sich um die Ruinen wie Fliegen. Was ist mit Huitz-Servas? Durins errötet und auf seiner Stirn bildet sich ein Schweißfilm. Diese sogenannte Nation hat zu viele Beigeschmecker, zu viel zivile Unruhen, wirtschaftlicher Zusammenbruch, alles wie Zunder, das bloß den richtigen Funken braucht. Irgendein Bauer taucht auf, lässt einen Gott in sich hinein und setzt sich dann eine Krone auf. Und dieses göttliche Königreich, das er aufzubauen versucht, das läuft genauso gut, wie man es erwarten konnte. Ein Ritzer aus Schweiß läuft Durins die Wange hinab und versickert in seinem Bart. Plötzlich steigt die Ketzerbevölkerung auf, über die Hälfte an, woraus Eotas abermals sein blutbeschmutztes Starren wieder auf jeden Gotteslästerer richtet, den er finden kann. Man könnte es auch als Hausputz bezeichnen. Sein Gesicht verdunkelt sich und er kneift die Augen zusammen. Oder Ersäuberung. Hat sie und ihren Gott aber auch nicht, aber auch mit genügend Kraft, um das ganze verdammte Land auszulöschen, ihre Schranken verwiesen? Kein Unterstützer des Landes wie Serres? Arlov geht lässig vorbei und momentan leise bestimmt. Weißt du schon, wohin das führen wird? Es ist kein Land, sondern eine Versammlung von Feiglingen, Edirpuppen. Früher mal waren sie ein recht optimistischer Haufen und schlau obendrein. Durins lacht über schlau, als sei es eine Art Insiderwitz. Das war ihr Verderben. Sie hätten ihr Elend akzeptieren sollen, ohne sich von einem Bauern in einen erleuchteteren Ruin führen zu lassen. Fast auch Eotas Marionetten. Dem wurde ein Ende gesetzt. Sie baumelten an seinen Strängen, weit wenn an ihren. Wäre ihr Gott nicht herabgestiegen, hätten sie auf dem Schlachtfeld niemals Erfolge erzielt. Der Krieg des Heiligen Durins knurrt. Mussten ihren Gott herbeirufen, um eine Chance zu haben. Erzähl mir vom Krieg. Durins Augenbrauen ziehen sich zu einem Stirnrunzen zusammen, dann grunzt er. Ich vergesse immer, dass seine Füße neu im Durwald sind. Also der Krieg des Heiligen. Es war nicht ein Krieg. Es war ein Gott, der sich über ihn schlägt. Das Land von Reaed Sarris und all ihren Heathen. Sie bezahlen es jetzt. Obwohl, bei meinem Fall, das Feuer hätte sich durch ihre Lande mit mehr Kraft geholfen, die alle ihre Seelen schlägt. Wahrheit, es war nicht sogar ein Krieg. Es war eine kautionäre Geschichte über die Friede. Spezifisch über die Friede. Er sollte ein Farner bleiben. War eigentlich kein Krieg. Es ging um einen Gott, der sich übernahm. Das Land von Reaed Sarris mit all ihren Heiden Durins knurrt. Nun, sie zahlen jetzt den Preis dafür, obwohl das Feuer nach meinem Dafürhalten mit mehr Kraft durch ihr Land fahren hätte und alle ihre Seelen fangen sollen. Es stimmt, es war nicht mal ein Krieg. Es war ein abschreckendes Beispiel über Stolz. Besonders Weidwins Stolz. Er hätte ein blauer Bauer bleiben sollen. Was ist passiert? Das war, hm, vor 15, 16 Jahren, 2807. Durins hält inne, da schült er seinen Kopf und zu bitte den Achseln. Meine Erinnerung bei einem jüngeren Ich. Ich halte mich nicht an Daten, sondern an Handlungen und Ursachen. Der Krieg war ein Akt der Arroganz. Direkt aus wie Sarris zuckenden Beinen geboren. Ein Mann, der sich für mehr als ein Mann hält. Durins schnaubt verächtlich. Du möchtest jemanden umbringen, sag ihm, dass ein Gott durch ihn spricht. Dann sag ihm, dass er ihn zum Anführer auserkoren hat, was ihn an die Spitze einer Armee bringt. Und wie man es bei Euryceranern erwarten konnte, einen von Beginn an krankes Land, war es eine starke Armee. Und dennoch war ein Krieg wahrscheinlich genau das, was sie brauchten. Was war mit dem Land nicht in Ordnung? Becerus hatte mit einigen Problemen zu kämpfen und es hat sie alle verdient. Es verdiente Weidwild und er war das Licht, das sie in die Flamme führte. Becerus war auf dem absteigenden Ast und in dir Gift zerfass bereits seine Adern. Wirtschaftliches Ausbluten, das Sterben ihres Glaubens, und dann kommt dieser Bauer Weidwild und behauptet, Iotas persönlich zu sein und gibt ihnen die schlimmste Art von Hoffnung. Was ist dann passiert? Sie krönen ihn. Durins tippt sich an den Kopf, macht eine leichte Verbeugung und als sich sein Gesicht dir wieder zuwendet, dich hinterwird. Sie machen ihn zum König, der schlimmsten Art von Gotteslästerung. Und kaum trägt er die Krone auf seinem Haupt und den Gott in seinem Fleisch, nur dann beginnt er, Änderungen vorzunehmen, göttliche Änderungen. Durins Augen lodern auf. Und dann beschließt er, uns zu ändern, uns zu retten. Wie? Er marschiert gegen den Dürrwald, um uns zu befreien, um uns von unseren Überzeugungen zu befreien, wie er die anderen Seelen in Rizeras befreit hat. Kaltmorg legt sich im Widerstandslos zu Füßen und wird verschont. Durins knurrt. Das Blutvergießen beginnt, als der Gnadentalbrand schatzt. Welche Ironie, er steckt es in Flammen? Kaltmorg? Durins spuckt und knurrt. Feiglinge und Kaltmorg, ein passender Name für sie. Sie lagen still und rührten sich nicht, als ihre Kameraden verbrannt wurden. Für diese Feigheit werden sie eines Tages Markkanspreis zahlen. Was hat er erst als nächstes? Eotash marschiert weiter. Die Türwälder ziehen sich in die Wälder zurück und attackieren seine Flanken, seine Speer, seine Truppen. Es schien fast hoffnungslos zu sein. Durins Gesicht wird düster, dann lächelt er auf. Bis zur Zitadelle von Hallgott bis zum Götterhammer. Dort führen wir ihnen der Flamme zu. Wir brannten den Gott aus ihm heraus, wenn er dort jemals einer gewesen war. Ein dutzend tapferer Männer und Frauen rückte zur Brücke vor. Da ist er ein Widerstand. Dann fackelten wir ihn dort mit dem Feuer des Götterhammers ab. Ja, kann ich dich noch was fragen? Durins Grunst. Lass uns weiterziehen. Okay. In Durins Quest hat sich da noch nicht viel geändert. Hm? Ja. Nehmen wir mal. Eotash muss aufgehalten werden. Wohedika ebenfalls. Durins nimmt eine steife Haltung an. Ein und atmet lange und langsam ein und beruhigt sich schließlich wieder. Ich weiß, dort scheint er im Moment lang zusammen zu... Es musste getan werden.